Hallo, hier wieder bei Lucky und... äh, Brain. Gut, wir werden heute ein Nerf-Video machen. Ich seh alles. So. Ich geh voran. Oh Gott, Alter. Hier sind überall fein und sowas. Wir müssen aufpassen. Komisch, dass wir heute noch keinen Bösen... Was ist? Wir haben irgendwelche Spackes fallen aufgebaut. Irgendwelche. Das sind bestimmt die, die wir suchen. Warte, Marco. Was? Ich glaub, ich seh was. Eigentlich nicht, ich hab doch meinen... Grundpunkt die Sonderrichtung von normalen. Hier. Ich seh... Fünf Offiziere. Wie wollen wir denn vorbei? Ich würd sagen, wir knallt uns da ab. Durch. Ab durch. Durch. Gut voran. Okay. Ladies, bitte. Hör auf zu scherzen. Wir sind... Das ist eine ernste Lage. Ich hab ja bloß was grad gesehen. Irgendwas, was sich bewegt hat. Ich seh keinen. Warte mal kurz.